Ich heiße Miriam und dank Andrea habe ich in einem schlankenes Tagesseminar teilgenommen. Ich habe seit dem Tag, ohne bewusst auf meine Ernährung zu achten, 6 Kilo in 6 Wochen abgenommen. Durch die Übungen, die wir im Seminar gemacht haben, hat sich mein Essverhalten verändert. Ich fühle mich richtig gut, bin entspannt und frei. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich esse, wenn ich Hunger habe und höre auf zu essen, wenn ich sass bin. Ich muss nicht mehr auf die Kalorien achten oder was ich esse. Mein Körper regelt das schon für mich. Ich habe gelernt, meinem Körper zu vertrauen. Und wenn ich Lust auf Kuchen oder Schokolade habe, kann ich das ohne schlechtes Gewissen essen. Mein Körper signalisiert mir, wenn ich genug gegessen habe. Ich mache Schlankniss und das kann jeder. Ich gehe raus. polegeräusche